Ich wollte aber jetzt auch gar nicht so ein ernstes Thema einstellen. Ich nehme einfach mal auf und dann... Ich sitze mich da. Ich habe Lust, dass es mir leid tut. Ja, wir werden... Helfen Sie uns raus! Wir werden hier festgehalten gegen unseren Willen. Kannst du bitte schauen, wenn ich... Kannst du bitte checken? Ja, du hast es. So. Jetzt musst du fünfmal sagen, herzlich willkommen bei der... Ja, herzlich willkommen. Wir haben das ja schon mal vor ein paar Tagen gehabt. Bitte, wir werden gegen unseren Willen hier festgehalten. Ich hatte nämlich dann eine Ansage gemacht, liebe Xau-Community... Jesus war das! Als ich drauf konzentriert habe, wurde das immer wilder. Ich konnte hinterher so einen einfachen Satz nicht mehr sagen. Aber dann ging es ja weiter. Bäh! Der war ruhig gut! Ja, wir sind jetzt in den Galaxy Studios angekommen, haben Soundcheck gemacht und... Ja, was sagt ihr? Es ist groß. Ich hätte gerne eine Landkarte, eine Studiokarte. Aber ansonsten... Ja, ich werde mir so Brotkumen zum Essensautomaten, zum Klo und alles andere legen, weil sonst finde ich mich hier nicht zurecht. Ich habe auch schon gefragt, ob die hier irgendwelche Skelette schon in den Ecken gefunden haben. Ich habe keine eindeutige Antwort gekriegt. Doch, im Keller! Habt ihr am Eingang keinen Kompass gekriegt? Wir haben heute einen Kompass bekommen. Nein! Weißt du nicht? Nein! Wir wurden ja von so einem Dungeon Master geführt. Und was sagst du, Benny? Super! Das Essen war vorzüglich. Die Studios sind auch okay, aber das Essen war echt geil! Top! Super gut! Wir haben gerade schon einen sehr schönen Monitor-Sound geschraubt. Klingt super gut! Der Raumklang ist gewaltig. Wir haben wieder unser Soundfield hinten aufgebaut. Ein paar Meter weiter weg vom Schlagzeug und es klingt bombastisch. Es klingt sehr brachial, brutal. Genau das, was wir brauchen für unsere Aufnahmen. Aber eigentlich sind wir echt Metal. Also das weiß keiner, aber eigentlich... Versteckte Metal. Ja!